Kontaminationsstufe unter Straßenniveau sinkt. Gegner unter Straßenniveau entdeckt. ... Ja, ja, ja. Danke. Ja, geht doch. Oh, cool. Und wie kann man das jetzt machen, dass man den angreifen kann? Ja, probier mal. Ich guck mal kurz, ob es da irgendwie eine Taste gibt. Oh, ich hasse das, Mann. Ich zieh gleich einfach Maus und Tastatur raus. Daxon Nachschub, 0,2 Kilometer. Ja. Ich hab eh nicht so gute Sachen. Nein, da vorne war eine noch 0,2, meine ich. Oh, dann nehmen wir die. Hm. Nein, ich gehe nicht mehr zu. Annäherungsbedrohung eliminiert. Scannen nach weiteren Gegnern. Ja, ist da wer. Weil da so rot leuchtet irgendwie. Oh Gott. Ja moin. Oh, dafür sind da hier andere Sachen liegen geblieben. Ja, ich hatte Lieder im Behälter, aber sonst nix. Zeit ist begrenzt. Betreten eines sicheren Bereichs. Ja. 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 Achtung! Ein anderer Agent sichert gerade eine nahegelegenen Nachschublieferung. Achtung! Abwurfstelle in der Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu beruhtet. Ja, gleich. Alle verbleibenden Nachschublieferungen nicht mehr verfügbar in 30 Sekunden. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Alarm! Nachschublieferung wird gerade eingenommen. Warnung! Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Alarm! Nahegelegene Nachschublieferung von anderen Agenten aufgenommen. Update! Nachschub ist nicht mehr verfügbar. Ja moin! Sie verlassen das kontaminierte Gebiet! Hä? Hey! Du hast doch noch die guten Sachen geklaut. Du Pole! Aha! Aha! Alleine! Aha! Ja! Hallo? whereaces ... Ja... was HARRIS ... ich krieg. ellos ... Sieg facelt mit einem Planigerum ... Si, nicht mehr. Sieg sieg! hier gewusst! Sieg ... mir 예뻐atmen ... nein ... Sieg ... Du hast hier noch ein paar mehr Sachen von mir. Du, Pauli. Hallo, willst du nicht einsammeln? Lass doch zum Abholbereich, dann kannst du mir das geben, wenn da was Tolles rauskommen ist. Oh. Das ist keins von mir für ein Leben. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben rettet. Okay. Okay. Da klaust du mir das auch noch und gibst dich mal zurück, ne? Das sind die... Bestimmt gebe ich dir jetzt mal einen, also... Die neuen Zahlen auf der DCD-Website sehen scheiße aus. Boston. Philly. Chicago. Atlanta. San Francisco. Die neuen Zahlen auf der DCD-Website sehen scheiße aus dem sicheren Bereich. Abholbereich oder nicht? Abholbereich oder nicht? Die neuen Zahlen auf der DCD-Website sehen scheiße. Die neuen Zahlen auf dem Weg sind. Die neuen Zahlen auf dem Weg sind. hier ne ich lauf dran vorbei Aaaaaaaaaaaaaaahhhh Diaz vier dran! Wacket sie alle ab! Freund Tieren euch! Easy Terminiert jetzt ohne Oh! Ja, was haben wir denn hier? Da war noch eine kontinuierende Zone, aber die wurde schon Die wurde schon Ja Mann Wieso man einfach immer nicht nachladen kann Eine Maschine ist im Anflug auf ihrer Position Ich gehe lieber hoch, dann haben wir High Ground Nein, nicht runterspringen Ich bin ziemlich drauf Ja, ich bin ein wenig Ich bin schlecht So Das sind wir aber Du kannst ja auch nur schießen drücken Dann schießt ja so aus der Hüfte drüber Ah, shit! Wir sind los! Wir regieren jetzt die Stadt! Das ist jetzt dichter! Fällt die Mixer aus der Deckung! Hier ist noch einer! Den sieht man so scheiße! Menschenjagd! Menschenjagd! Kannst du heilen! 30 Sekunden bis zum Abschluss der Abholung! Schaffst du! 15 Sekunden! Ist dein Zehn schon dran? Das kann mir nicht mehr hochkommen, wenn ich den Roboter... Abholung erfolgreich beendet! ... Meine nicht! Der hat auch 90 kills! Ja, sie mit dem Todeswunsch! Sie betreten einen sicheren Bereich! Ihr hört Rick Valassi mit Wutten! You know it! Der beste, wenn nicht sogar der einzige, Paranoide Piraten-Sender-Podcast in drei Staaten gewinnt! Och man! Warum verzieht meine Scheiß-Waffe so stark? Ich bin rausgegangen durch die Gasse! Oh, hier kann man noch was mitnehmen! Versiegelter Behälter! Kommst du nochmal mit dahin bitte? Hallo! Verlassen des sicheren Bereichs! Warnung! Betreten eines kontaminierten Gebiets! Ich hatte so wenig Heilung! Ich konnte nämlich nur noch einmal Heilung machen und dann war es zu Ende mit mir! Und dann hatte ich noch nicht... noch helfe Leben, das war halt... ...nicht so optimal! ...nicht so optimal! Hä, wie hast du eigentlich die ganze Zeit noch mit so Lowlife die ganze Zeit überlebt? Ja im... Heu! Yo! Kann so'n Kampf nicht mehr oder weniger unendlich gehen wenn du die ganze Zeit Heilung und so was hast? Was war denn der längste Kampf schon? Hey! Ja, alles noch da Ich ruf schon auf Ergo Hab ich alles aufgenommen Oh fuck, man, das ist nicht cool Ach nee Ich hab der nächste Wunsch wieder Ich hab die 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 Die da doch nicht so rum Fuck, fuck, nein Oh Ich hatte Ich hatte 8 Gegenstände Vier goldene versiegelte Behälter Ja Ja, nicht cool Dieser Typ nimmt mich mal meine Sachen auf Hätte ich nicht Theoretisch da liegen bleiben können Eigentlich schon, wieso? Ich hätt' ja nur noch dranhängen müssen Ja Ja, ich hatte den Balken schon fast voll Ich hatte nur kein Leben Ich hatte nur kein Leben Kannst du zu mir in Platzreise machen? Ich glaub der Typ ist nämlich Du Oder kannst du dann eben zu mir kommen? Ich glaub der Typ ist wieder bei mir Oder eher Pass auf Ich komm runter Ich komm runter Kannst du direkt rufen? Seh ich schon. Lass erstmal die Typen killen. Oh, ich glaub der hat doch was genommen. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ja. Der hat zwei versiegelte Behälte genommen. Kannst du schon platzieren? Ja, dann lass ich meinen auslaufen und dann platzieren wir deinen. Weil ich krieg dadurch Überheilung. Ja. Achtung. Ein Agent in ihrer Nähe wurde abtrönt. Warte, geh auf. Das ist doch her. Warte, geh auf. Warte, geh auf. Warte, geh auf. Das ist doch her. Das ist so. Hä? Dieser Typ ist einfach 259 von der Wertung. Versiegelte Behälte. Ja. Dann bringt der Luke auch nichts mehr. Sie sehen aus, als bräuchten Sie meine Hilfe. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Warte, geh auf. 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 Warte, geh auf.